Von Xantippe reden wir jetzt aber nicht. Wozu auch? Sie war ja nur seine Ehefrau, seine Ratgeberin, seine Muse, seine Ideengeberin vermutlich auch. Das ist Theorie. Damals im alten Athen waren die Frauen den Männern nämlich untertan. Gabelstaplerprinzip. Wie bitte? Na ja, vorne auf den Kufen wird Papa hochgehoben und hinten an den Schaltknöpfen reguliert Mama. Okay, vielleicht aber Tatsache ist, dass nur von Sokrates selbst Schriften überliefert sind. Nicht einmal von ihm. Zugegeben, nur seine Reden und Gespräche sind aufgezeichnet worden. Ebenfalls zugegeben, seine Gespräche waren brillant. Er konnte wirklich seine Gegner überzeugen. Wahrscheinlich lernte er das aber von Xantippe in der heimischen Stube. Wie auch immer, am berühmtesten ist wohl seine Verteidigungsrede. Sokrates war halsstarrig. Hätte er auf Xantippe gehört, wäre er gar nicht erst zum Tode verurteilt worden. Er sprach klug, brillant, glänzend, Selbsterkenntnis, Tugend, auf die innere Stimme hören. Welch großartige Tugendhaftigkeit. Weibliche Klugheit geht andere Wege. Dummköpfe in der Athener Volksversammlung. Allesamt Dummköpfe. Haben seine Rede nicht verstanden. Die wollten doch bloß, dass er nach 70 Jahren endlich aufhört, seine Philosophie zu verbreiten. Sich das Wort verbieten lassen, das ziemt sich nicht zu einem großen Philosophen. Aber sein Weib Xantippe, das ihn zuallerletzt noch umstimmen wollte, ließ er wegschicken. Er trank den Giftbecher aus, bis zum letzten Tropfen aus. Respekt vor den Gesetzen. Mannhaft. Wahrhaft manhaft. Lächerlich, halsstarrig. Der war ein eitler Narr. Vielleicht wollte er auch nur nicht, dass sein Weib Xantippe wieder mal das letzte Wort hat. Dazu sag ich jetzt aber nichts mehr. Ich will auch nicht das letzte Wort haben. Hast du aber. Hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. Doch. Nee. Hast du doch. Ach, geliebte Xantippe. 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 Ach, geliebte Xantippe.